Guten Morgen, Kinder. Sitzen wir auch bequem? Gehört sie zu Ihnen? Habe ich noch nie im Leben gesehen. Ist Technologie nicht was Wunderbares? Ich habe sie schon mal gesehen. Was sind sie? Cyberman. Ein lebendes Gehirn, reingestopft in einen kybernetischen Körper mit einem Herz aus Stahl. Rose, sagten Sie nicht, Sie dachten, die Lehrer würden in der Schule schlafen? Fire on! Fire on! Sie sitzen hoffentlich ganz bequem? Gut. Dann fangen wir an. Und dann fangen Sie sichfire aus. Wir gehen an, die haben wir heute nur gelegt. Wir gehen an, wie węben. Es geht um, wie nächstes Und so machen wir in der Schule schlafen. Wir gehen an, wie unteracteren magical ist, ja. Wir gehen an. Wir gehen an, wie unterzeichnen Sie es nicht interested. Oder Wenn Sie talk ihr mit lahint. Was ist municipalities mal unsuoko fest? Untertitelung des ZDF für funk, 2017